Die Lisa träumt vom Frühjahr, von den alten Zeiten und der alten Burgmauer, wie es früher einmal war. Zu Zeiten, wie der Grasl lebte hier in Horn und in Mariett-Reich. Nun, jetzt sind wir in Mariett-Reich, ein historischer Wallfahrtsort, wo sich auch früher der Grasl aufgehalten hat. Und wo sind wir hier? Die Gründelkapelle sind wir, ja. Und das tut der Lisa ganz gut, weil heute ist ein sehr warmer Tag, haben 30 Grad in Schatten, ganz super. Wir steigen jetzt auf zur Graslhöhle, wo früher der Räuberhauptmann Grasl hier zeitweise gelebt hat. Ja, der Räuberhauptmann, seine Höhle ist eingekracht. Wie hat er sich mal aufgehalten? Genau. Er hat er schuld. Ja, der Räuberhauptmann, seine Höhle ist eingekracht. Ja, der Räuberhauptmann, seine Höhle ist eingekracht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.